hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist die psycho 3 dran von pyro trade wir haben hier 49 schuss in 20 mm kaliber und eine nem von 343 gramm preislich war sie glaube unter 20 euro bei röderfeuerwerke ich glaube mehr gibt es nicht zu sagen wir gehen gleich raus zur zündung und schauen uns mal an was die kleine so drauf hat gates ja das ist halt ein psycho nummer drei das müssen wir mal noch festhalten ein blick steuertopf so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich muss sagen, für das kleine Geld von 15 Euro, wollte ich sie mir wieder kaufen. Absolut top!